Oh da Herzlich Willkommen Leute Rainbow Six Siege Rank Modus Heute mit Mick Manus Sachse und Liquid Quack 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 Hallo Theoretisch wäre ich jetzt kein Recruit Möchte ich nur anmerken Aber dank Rendi bin ich's Der Recruit hat es nicht geschafft Weil ich ja auf die Runde gestoppt Du Klapser du Elender Ich hab gestartet Es hieß Einsatzwagen holt uns um 13.53 ab Wer macht so eine blöde Zeit aus 13.53 Das kommt von ganz oben Hättest du gesagt 5 vor oben Dann hätte das gepasst Dann hättest du die Klamotten wieder nicht dabei Ja ist so Wir haben dir auch gesagt Bring den Granatwerfer mit Ja und jetzt wie kommen wir jetzt da rein Ja gar nicht Klettern Schlimm 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 Mann 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 Na gut So wir spielen wirklich rankt Obwohl das Manus erstes Match ist Ich geh ganz vorne Mal wieder ein bisschen deranken heute Kein Problem Damit es im Livestream einfacher wird Jupp Juuu Die sind oben Und ich bin gar mit dem Fahrschule gefahren Nach unten Ganz oben Also wir spielen Bomb defuse Bomb defuse ist gut Weil die meisten Oh hier sind ganz viele Leute Oh hier steht ja nebeneinander Oh hier steht ja nebeneinander Direkt die Tretter hoch Die sind im selben Raum Ja Wer schießt denn hier? Die Penner Dvd-Style 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 Boah der oben aus dem Fenster guckt er hier Ich hab ihn gesehen Ja und unter uns hat es einer wie Schneis Und wen denn? Random Ja ich hab den Refrag Ok aber wenigstens Refrag Vor und vor aber wir haben ein Schild verloren Wie kam er nochmal das Dach hoch? Leertaste Was ist denn Dex? Die Kamera hier drauf Oh shit sorry Oh ok gut Kamera ist down Aber die wissen jetzt was wir vorhaben Bekomm ich hier das scheiß Dach nicht hoch? Ich geh woanders rein Ich auch Nicht durch den Haupteingang laufen Halt da Da war ein Stacheldraht Du wärst explodiert Achso danke Kein Problem Wegucken Oh my god Ich bin ja Eine Sekunde gedacht das wär grad Tag Also die haben noch Natascha Smoke Ich geh hoch Ich glaub nochmal Blenden Ich bin ja Sie richtig gut verbarrikadiert Au 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 Wo? Hast du es gesehen? Also ich versuch dir schnell zu tun Recht in dem Raum Ich hab hier hinterm Schild liegt er auf dem Boden Seid Komm Mannos O nein Ich hab aber ein Feuer gehabt Da ist auch noch Natascha natascha war mal hintergekrabbelt das kriegt mich ja hat sich gerade erledigt das ist aber aber warum nicht um da hoch zu rennen du musst gerade an die wand stellen du kannst halt nur an bestimmten stellen ein seil werfen da steht aber eigentlich auch ach so okay dann muss so jetzt aber jetzt aber so was nehmen wir denn die p90 jäger leider noch keine aufsätze geholt hätte schon mal gerne den jäger probiert wo wollt ihr es starten immer unten das mag ich war nicht eingepackt bin ich erkennt mich auf jeden fall nicht bei dem wetter ja das ist gut mit schall sogar nicht draußen hat die mudi wieder gut gemacht du musst jetzt die rüstung hinlegen ich lege sie in den türen hier ja das ist noch in die technik der wacht der rüstung hinlegen ja so ich fummeln mir mal auch so eine weste raus ja 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 ich hab dich ein habt ihr eine übrig gelassen hier im netten schließfächer wo auch nice wenn die anders um raus was geht auch an ja hier drüben ist da okay wo kann man jetzt überall reinkommen hier zu den türen schwer erst mal natürlich durch das treppenhaus durch die garage außen durch die tunnel und halt durch die decke vielleicht hier zu mach nochmal zwischen diesen das macht doch die tür noch zu können da raus dazu da bin ich mir hier noch was ran die gegner haben die bombe gefunden machen einfach alle zu oder ich bin im hier zum großen am besten du wohnst schulig die gegner haben eine bombe lokalisiert das heißt wir müssen jetzt beide bomben einmal gefunden haben und zuerst nicht gekommen hörst du was rennen hier kann doch noch ein bisschen starre draht legen wenn du willst oh gott oh was sind das lass uns durch war das von links oder von rechts es war von vorne wer meintes down der wollte gerade was anbringen und schild dude war da auch du bist sozusagen dann über den oder das da war einer ich hab den kopf gesehen aber ein mann ist der killer der killer war los vor der bank wollen die dieses holztür aufmachen das recht seiner treppe runter sozusagen da war noch einer treppenhaus den habe ich auch schon angehildet ja ich habe auch einen richtig glaube ich habe ich habe ich bin jetzt im treppenhaus kommen jetzt runter ja okay hallo der letzte hat ein schild geht ihr den oder stehst du den einfach so ein weiss nicht achso ne der war eigentlich da wo ich termine gekillt hatte ich weiß natürlich auch schon ein bisschen her kann meine bombe nicht mehr abmachen die hängt zu weit um sogar immer noch da der unten oder oben wüsste da irgendwie was ich würde sagen tot habe ich habe ihn auch gesehen am anus wie ein weggesnackt hat ne ganz easy war das ganze gar keine chance weggeklappt weil du den in den knüchel geschossen hast die irgendeine kugel ist durchgeflogen alle müssen wieder den rekrut nehmen ja super ja super da ist das denn die möglichkeit So, bin am Start. Dax hat sich seinen Spitznamen gegeben. Futze. Futze. Das ist eine Ableitung. Die sind oben. Nee, hier unten ist einer. Ja, ist runtergesprungen. Dann gehen wir mal über den Ruf. Aber Moment, die sind ja nur zu viert, ne? Das ist korrekt. Das passiert leider, wenn man nicht mit einem Fünferteam spielt. Ja, es gibt immer Leute, die lieben. Aber warum? Weil sie behindert sind. Hast wahrscheinlich recht. Ich hoffe halt, dass es mehr bestraft wird als 15 Minuten Strafe. Ja, gleich so einen Tag rein. Fertig. Ja, einfach. Guck mal, der klettert hier hoch, die Ente, da geh ich mal mit. Ach guck, Dalu hat schon mal gefüllt. Nö, ich wollt hier nur drüben reingucken. Ja, der Bridge steht immer am Fenster irgendwo. Was da, Du? Wollt nur hier von außen zugezeugen rein. Warte, was sagst du, lass Manus mal vorgehen. Ja, soll ich? Ja, du gehst rein, Manus. Wir geben dir Backup. Und hier, ich... Warte. Ha! Okay. Durch, 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 durch. Oh, warte, warte. Ah! Ihr wollt mich verraten! Ich hab... Ich seh das hier! Ja? Hab ich grad noch so entdeckt, meine Liebenbräune. Das war knapp, ey. Ey, das war echt knapp, Alter. Boah. Ja? Au, au, ich wurde angeschossen. Ja, ich hab's auch gesehen. Und muss auch irgendwo wieder, Natascha. Das war knapp. Das war echt knapp. Das wär witzig gewesen. Finde ich eigentlich jetzt nicht so. Nein, nein, nein. Wer hustet hier? Stürmen wir? Okay, wir stürmen. Okay. Einer tot. Fett. Hinter der Wand war doch einer. War genau auf meinem Todespunkt. Der liegt unter einem Tisch. Ja, ja, ja. Der liegt hier unter dem Tisch im Nebenraum. Nebenraum unter diesem Tisch. Aber ich glaub auf der anderen Seite. Hinten links. Beinahe links. Der Tisch ist lang. Da unter dem Tisch muss er liegen, ja. Was? Hinter uns. Boah, fuck. Gras. Ah, da hat er sich aber auch Zeit gelassen. Das war aber auch nicht derselbe. Der unter dem Tisch lag da immer noch. Ja. Ach so. So, jetzt kann ich aber wieder loslegen hier, ne? Jetzt hau rein, ey. Bist du die P90 oder die MP5? Die MP5 gut. Okay. Wieder unten, ja? Immer locker. Benutzt du eigentlich dieses MG, was du da mit dir rumträgst? Ja. Das benutzt du tatsächlich? Das trägt man nicht rum. Das stellst du halt auf. Das stellst du hin. Das stellst du hin, ja. Ein Stand im Gehirn. Okay. Ah, hier ist die Bombe, ne? Na, mach doch mal zu jetzt hier. Ich bin nochmal raus, aber... Äh. Wurde gespored. So, ich hab mal hier eine Ausrüstung hingelegt, ne? Wer möchte? Was baust du denn hier Riesiges auf? Äh, Wände verstärken. Kannst du auch, zwei Stück. Wie? Äh, an der Wand F, aber nur da, wo man auch durchkommen würde. Ach so, ach so, ach so, ach so, ach so, ach so. Hey. Coole Scheiße. Warten wir jetzt irgendwo sind. Ich höre doch hier so ein Teil, oder? Oh, jetzt sind wir alle hier drin, oder? Hm, hm. Macht er mir den Barrikade wieder kaputt. Lass mich ruhig anhand bei A. Ja, ich komm mit dir. Hey, ehrlich. Ach so. Hier ist noch ein Eingang. Wenn ihr die andere Tür habt, noch einen. Hier draußen, bei mir sind zwei. Noch einer. Bei mir ist einer mit Schild, glaube ich. Gibt nur einen Weg hier hoch und runter, ne? Oder? Ich habe hier Probleme, vielleicht. Oh, hier, den schießt du durch die Wand, der Pässe. Hab einen. Ist aber nicht der, den ich gehört habe. Ich habe nämlich ein Schild. Angeschossen. Okay, da, wo ich war, der Pässe ist weg. Soll er mich doch blenden? Halt dich einfach rein, ey. Ah, shit. Treppe runter. Hey, Manus. Ja, das ist mir bei hier rumgelegen. Manus kriecht hier. Schön. Wow, bitch in your face, man. Manus, der Manus, ja. Hast du gesehen, wie ich vorgerobbt bin auf meinem Popo? Direkt ins Gesicht, der schöne Ding. Easy mal das, easy. Mäner sich hält, dieser Mänes. Ich würde einfach gerne mal so einen neuen Operator kaufen, aber. Super Operator. Der hier immer so knapp kalkuliert das alles. Komm, jetzt lass das Ding mal verteidigen. Ja, das ist ja. Ja, beziehungsweise soll ich ja stürmen. Mh. Die Kammer, ja. Bin bereit. Bin bereit. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir es, ne? Ach, nee, haben wir nicht. Noch zwei. Die haben auch schon zweimal gewonnen, das gibt's ja gar nicht. Die allererste Runde. Und also jede Verteidigung hat bis jetzt gewonnen. Ich glaube, die sind hier im Erdgeschoss. Oder? Nee, erster Stock. Erster Stock? Birst nicht. Wie gerade. Also same old stories. Yes. Hab einen. Du musst noch eine langsame Taktik dagegen finden. Achtung, jetzt können wir halt direkt mit einer rauskommen. Ja. Zumindest auf die Fälle. Hatten die einen Jäscher? Ja, haben sie diesmal. Hatten die einen Jäscher? Also, ja. Also entweder bin ich zu fett, um hier Wende hochzuklettern. Ach, nee, hier geht's. Okay. Wie kann man sich nur ducken? Sag mal, bin ich zu doof? Nee. Rauch. Au, 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 au. Wer hat die Kamera abgeschossen? Hier ist schon wieder einer draußen. Oder? Die Scheiben haben die kaputt gemacht. Hast du? Ah, okay. Ich habe mich auch gerade Glas gehört, ja. Au, 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 au. Au, 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 au. Irgendwo da unten. Einen habe ich. Oh, doch von links. Und hier, also von, von hier unten irgendwo. Wurde angeschossen. Hatten wir doch nichts gehört mit einem Glaslachse. Ich habe noch einen. Hast du den gesehen? Gehört. Ah, okay. Was ist das denn? Vorsicht. Was war das denn? Die Fuse-Ladung. Mein Special. Ich schieße Granaten in den Raum dahinter. Wie geil ist das denn? Ah, fuck. Von außen links. Habe ich mir gerade gedacht, dass es Sinn machen würde, uns zum Laufen. Ach, scheiße. Komm, das schafft ihr. Oh, der hat ganz durch die Wand geschossen, ja. Ah, die beiden schönen Kills durch dieses Loch in der Wand war auch nice. Ah. Nice. So, jetzt noch einmal gewinnen und dann sind wir doch hier. Äh, dann haben wir es. Dann werden wir doch schon Gold eingerankt hier. Mindestens. Mindestens. Gold 3. Wieder ganz unten? Locker. Das machen wir aber locker. Aber natürlich. Das machen wir locker, ja. Locker, locker. Wie viel muss man denn gewinnen, um eingerankt zu werden? Vier oder fünf Spiele. Ich glaube vier Spiele, ja. Ich würde schon sagen, ey, ich sage jetzt ja nicht zehn. Bäh, egal. Willst du nur zehnmal spielen? Nein, das nicht, aber. Wird doch auch 100 sein, wär schluss. Aber die müssen ja schon früher erkennt, dass ich so gut bin. Soll ich euch wieder was hinlegen hier? Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt. Ja? Soll ich euch hier wieder? Ja, so? Nee, nee, hier ist Kacke, weil hier ist ja... Jetzt hab ich's gemacht. Alles klar, cool. Dann können die Gegner, wenn sie uns angreifen, gleich Westen mitnehmen. Nein, dann müssen alle eine holen. Die fliegen echt ziemlich ungezählt. Lass ihn doch auch ne Chance. Ja, du wirst das Ganze ja nur fair machen, ne? Ich verstehe das. Ich verstehe das. Bitte einmal verbarrikadieren. Ich würde hier aber... Kannst du mal hier verbarrikadieren, Liquid? Weil ich hebe das Ding auf. Draußen. Bitte. Oh, Randy, ist bei dir da Action? Nein. Achso. Ich hab nur das Ding aufgemacht. Ich hab hier... Guck mal, was ich hier schönes gebaut hab. Ich snack mich wieder ans Treppenhaus. Wie kommen sie so dort? Außen ist einer. Da war so ein Dings hier. So ein... So ein vorne. Kann man doch mal so eine Kamera losschicken, eigentlich? Ne, wir nicht als Verteidiger. Wir können nur die Überwachungskameras im Haus nehmen. Schade. Mit der 5. Ja, das hab ich schon... Oh, hier in der Lobby unten ist einer. Der sneakt da rum. Mit X kannst du markieren. Ja. Versuch's mal. Na, der ist schon... Keine Fotos hier, bitte, sagst du. Hat aber ja gerade einen. Das bin vielleicht ich. Hm, hm. Vorher hat er als Kreis angezeigt. Aber Liquid, da wo du hinläufst, das könnte... Da ist einer. Da, ich hab ihn. Da markiert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Nur viele Fotos, Paparazzi. Was war denn das jetzt? Die Bomben von oben, die Granaten. Oh Gott. Von der Fuzz. Haben die ne Macke? Der hat keine mehr, das waren seine beiden. Der hat jetzt von oben geschickt, ja? Genau. Bei der Überdürk ökstellt. Fuck. Okay, hier sind beide. Wo? Haupthalle. Ich hab die umlaufen. Ich hab unten in der Garage eingekillt, bin rausgerannt, hab den anderen von hinten gekillt. Und ich wurde aber aufgedeckt, deswegen wussten die, wo ich ins Fenster rein bin. Hab gehofft, dass hier einer nach dem anderen kommt und hätte ich die noch holen können. Schade, wo bist denn du? Im Angriff. Klingt so, als ob die rechts hier aus dem Fahrstuhl, ja, im Fahrstuhl. Wo ist denn der, wo ist denn der? Da, markiert. Ah, okay. Da ist zumindest einer. Der wollte die Kamera machen. Oh, da ist der zweite, ja. Ja, schön, dass er gerade reingeguckt hat. War perfekt. Oh, Mann, oh, oh, oh. War perfekt, ey. Hallo, hier bin ich. Moin. Seuss. Ja, das haben wir auf jeden Fall sehr schön gewonnen. Und ihr könnt gerne bei Manus oder Saxo oder Liquid vorbeischauen. Wenn es euch gefällt, dann gebt da mit einem Daumen nach oben. Dann wissen wir, dass wir hier mehr mit der Crew zusammen machen sollen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, Leute. Tschüss.